Boreal hat Ninia, den legendären Slipper, der mit der ersten Slipper auf dem Markt war, endlich neu herausgebracht, vollkommen neu designt. Das einzige, was im Prinzip vom alten Schuh geblieben ist, ist der Name. Diesen Kletterschuh wollen wir uns anschauen. Ich habe ihn längere Zeit getestet, am Plastik, am Face, in allen möglichen Situationen und wollte meine Erfahrung mit euch teilen. Boreal Ninia ist wie gesagt ein Slipper, der jetzt in dieser Version als ein komplett neuer Kletterschuh mit dem neuen Leisten, mit der neuen Konstruktion, mit allen Features, welche neue moderne Kletterschuhe heute aufweisen, 2019 herausgebracht worden ist. Damit ist meiner Meinung nach, um den Fazit etwas vorab zu nehmen, vorweg zu nehmen, dem Boreal ein großer Wurf gelungen und ein großer Fortschritt ist da erzielt worden. Nun, was hat das mit diesem Kletterschuh auf sich. Nach der Aussage von Boreal basiert der Ninia auf dem Satori. Das ist dieser Kletterschuh hier rechts im Bild. Wenn man jetzt die Passform der beiden Kletterschuhe vergleicht, obwohl sie gleich sein sollten, erkennt man vielleicht, dass die beiden Kletterschuhe doch etwas leicht unterschiedlich sind. Und zwar ist der Ninia meiner Meinung nach nicht ganz so breit, vor allen Dingen in diesem Bereich hier wie der Satori, was insgesamt zu einer etwas engeren Passform führt. Nichtsdestotrotz ist Ninia schon ein Kletterschuh, welcher eher breiter ist. Was ist noch unterschiedlich in der Passform? Man sieht das hier vielleicht, dass der Ninia etwas mehr in Richtung Mitte mit seiner Spitze geschnitten ist, während der Satori eher so einem normalen Verlauf der menschlichen großen Zehe folgt. Das ist meiner Meinung nach nicht unerheblich. Das war's mit den Gemeinsamkeiten. Nun kommen wir zu dem, was diese Schuhe letzten Endes für sich auszeichnet. Vollwertiger Slipper bedeutet, er hat hier oben einen Gummibereich, der den Fußrücken stabilisiert, wenn man den Schuh anzieht. Man sieht im Endeffekt deutlich, dass mit diesem orangenen Rand das Ganze hier umsäunt und in den richtigen Rahmen gebracht worden ist. Die Vorspannung der Ferse ist relativ stark. Der Einstiegbereich ist nicht so groß, so dass es einige Mühe bedeutet und das Gummi ist hier nicht wahnsinnig elastisch, schon straff. Einige Mühe bedeutet im Endeffekt herein zu kommen. Die beste Technik ist nach wie vor, Ferse umklappen, komplett rein, dann diese Schlaufe ziehen, Ferse wieder ausklappen und reinschlüpfen. Funktioniert aber sehr gut und mit der Zeit weitert sich hier jeder Kletterschuh und dann geht das Ganze noch etwas leichter. Der Vorteil von diesem engen Einstieg ist natürlich die Stabilität, welche Schuhe dann am Fuß hat, sprich beim Hucken bewegt sich die Ferse kein Millimeter und die Huckt gelingen auch dank der vollgummierten Ferse richtig gut. Was ist noch neu an diesem Kletterschuh? Boreal hat traditionell immer mit Leder die Kletterschuhe hergestellt oder aus Leder. Dies ist ein Synthetikkletterschuh, wie auch der Satori, den ich gerade gezeigt habe. Das sind die neuen Generationen der Kletterschuhe beim Boreal. Boreal sagt selber, dass es natürlich Vorteile hat, wie zum Beispiel niedrigere Kosten. Leder ist deutlich teurer im Ankauf und Verarbeitung und damit spart sich der Hersteller natürlich etwas Geld. In dem Fall gibt es an uns Kletterer zurück, denn der Preis von Boreal Satori ist maximal bei 110 Euro, der ursprüngliche Verkaufspreis und man kriegt den Schuh schon deutlich unter 90 Euro im Internet, was auch echt eine Ansage ist für so einen gut strukturierten und technischen Kletterschuh. Boreal Satori, Boreal Niña, besitzt den Aufbau mit einer Halbsäulen Konstruktion und einem sogenannten Wrap Rand. Das bedeutet im Endeffekt, dass dieser Rand hier anfängt, hier unten drunter anfängt, dann nach hinten gezogen wird, um die Ferse herum und dann wieder hier vorgezogen wird und quasi an der Außenseite vom Schuh, vom Fuß das Ganze hier so ein bisschen stabilisiert. Ich persönlich an Stelle von Boreal würde das Ganze andersrum machen, denn für mich ist wichtiger, die Plantarfaszie hier im Bereich vom großen Zeh, wo auch die Kraft ausgeübt wird, nach vorne entsprechend zu unterstützen und das Grundgelenk zu stabilisieren und da mehr Support zu generieren. Aber vielleicht schaut sich jemand das Video an und macht was draus. Eine weitere Neuerung und das ist wirklich ein richtig, richtig feiner Feature, ist im Endeffekt diese Zehenbox, welche die Gummierung der Zehenbox besser gesagt, welche hier aus einem Gusse spricht. Das Randgumme hat hier keinen Spalt mehr, das ist alles aus einem Stück Gümmel, drüber geklebt über das Material, Daumen hoch, warum? Sehr gute Performance bei Two Hooks und keine Problematik bei Ablösung von irgendwelchen Two Hooks Patches, was ja letzten Endes ja auch einer ist. Sprich, ich habe hier alles Mögliche probiert, abgelöst habe ich hier noch gar nichts. Wobei, man sieht hier ein bisschen, dass das ein kleiner Spalt existiert, aber das ist tatsächlich nicht so dramatisch wie bei dem einen oder anderen Kletterschuh. Boreal selbst sagt, dass es sehr weich ist, ist es auch. Gefühlt habe ich schon dünnere Gummis. Vielleicht ist auch die Kombination aus Gummi und dem Obermaterial erlebt, die auch schon ein bisschen griffiger waren. Also da ist es nicht schlecht, das hebt schon gut beim Two Hooken, aber da gibt es wie gesagt bei Scarpe gerade Patches oder bei La Sportiva, die deutlich griffiger sind. Ansonsten toll verarbeitet, makellos, alles bombenfest verklebt. Bis jetzt, wie gesagt, tolle Haltbarkeit, Daumen hoch. Ähnlich wie beim Saturi, den ich vorhin gezeigt habe, sind die Zehen in diesem Schuh stark aufgestellt. Stark aufgestellt ist gut, denn man kann im Endeffekt mit so einem aufgestellten Zeh natürlich deutlich anders Kraft ausüben auf dem Tritt als mit dem flachen Zeh. Die hohe Zehenbox bietet natürlich auch den Vorteil, dass die Zehen da sauber aufgeräumt sind und man hat keine Probleme mit den aufgestellten Zehen hier drin, dass es zu dolle auf die Zehengelenke drückt. Das ist richtig gut gemacht. Weiter so. Der Downturn ist mäßig bis stark ausgeprägt, sieht man. Das heißt, die Gesamtkonstruktion ist auch darauf ausgerichtet. Der Downturn ist auch nachhaltig, das heißt, er verschwindet irgendwann nicht und wird dann so klassischerweise wie bei alten Kletterschuhen. Zum Beispiel Las Pativa Cobra ist so ein Beispiel davon, da ist irgendwann nichts mehr von dem Downturn zu spüren. Die Vorspannung ist im mittleren Bereich würde ich sagen und sorgt auf jeden Fall dafür, dass der Schuh in so einem stabilen Zustand bleibt, wie der jetzt zu sehen ist und dass der Fuß entsprechend unterstützt wird. Ist soweit in Ordnung. Zu den negativen Seiten komme ich aber gleich. Die Ferse ist manchmal kritisiert worden, weil sie eher rund gestaltet ist. Boreal selbst sagt, dass es im Endeffekt die Folge von dem Trend ist, welches zum Beispiel das Portivo Solution gesetzt hat, diese runde Ferse. Sie ist relativ hart gummiert, das heißt, hier die Außenseite, wenn man reindrückt, ist durchaus stabil, gerade nach unten hin. Das heißt, man hat letzten Endes die Möglichkeit, auf irgendwelche kleinen Kändchen aufzurollen, da im Endeffekt sauber Druck drauf zu bringen und auch auf großen Slopper Flächen und so weiter. Einfach mit dieser runden Form einfach nur ordentlich viel Fläche auf Reibung zu bringen und da nicht abzurutschen. Die Haftung ist gut, also insgesamt habe ich gute Erfahrungen mit der Passform und mit der Hook Performance von diesem Schuh gemacht. Gibt es nichts zu meckern. Alles andere sind wirklich Nuancen im Grenzbereich, wer das braucht. Was wollte ich noch sagen? Etwas zu der Sohle. Die Sohle ist hier so gemacht, dass man hier außen diese klassische Boreal-Hufe hat. Hier ist es alles steinhart. Und in der Mitte ist es wirklich sehr weich. Sehr weich. Man sieht das auch ein bisschen nach hinten raus. Ist es ebenfalls weich. Das heißt, wenn ich den Schuh jetzt so ein bisschen versuche durchzudrücken, hier ist es ganz einfach. Hier ist quasi keine Zwischensäule, logischerweise nichts. Da hört das auf. Hier ist auch in dem Bereich nicht so viel. In der Mitte wenig und nach vorne hin wird es immer härter und stabiler. Und so klettert sich der Schuh auch. Das heißt, stehe ich auf irgendwas kleinem, habe ich hier natürlich eine ganz gute Stabilität durch diese eher härtere Sohle in der Spitze und im Außenrand. Außen und Innen. Was natürlich einen Vorteil hat auf kleinen Leisten. Und eher weniger der Nachteil. Mit dem Zeh hier spürt man nicht wirklich was auf kleinen Tritten. Aber steigt man hier in dem Bereich irgendwo auf den Tritt, spürt man natürlich deutlich mehr. Wie gesagt, hier deutlich weicher. Das ist nichts Neues von Boreal. Das haben die schon eine Weile so im Programm. Jetzt eben halt keine flache Sohle, sondern Downturn leicht moderat passt. Nun zu den Sachen, die mich persönlich etwas nerven. Der Einstieg habe ich schon angesprochen. Ist gewöhnungsbedürftig. Bei Slippern mag ich das tatsächlich etwas entspannter einzusteigen und sich nicht dabei dolle anstrengen zu müssen. Die Schlaufen sind super gemacht, super stabil, super komfortabel. Alles gut. Was mich ein bisschen ärgert, ist tatsächlich diese Ablösung der Farbe. Man sieht im Endeffekt, man kratzt ein bisschen und schon geht die Farbe ab. Und man sieht ja im Endeffekt, dass dieser Boreal Schriftzug auch schon halb verschwunden ist. Durch das bisschen Hucken. Nicht alles erfolgt so mega präzise hier auf der Fläche. Manchmal ist man doch irgendwo hier mit dem Fuß. Das kenne ich von Dasportiva und Scapa anders. Das sind die Schriftzüge auch noch nach Jahren zu sehen. Die Solle ist dabei schon verschlissen. Was ich auch nicht ganz so mag, aber das ist mit der Gummierung oder mit dem Gummi, dem Sollengummi, der alle Kletterschuhe betrifft, verbunden ist das Rollen auf kleinen Kändchen. Gerade im Frankenjura oder in Kochl habe ich die Erfahrung gemacht. Also in Kalk, im Herder, im Gestein. Ja, gefällt mir nicht ganz so gut. Am Plastik super, am Sandstein gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die Leute in der Elbsandstein und in der Pfalz wissen das. Da ist Boreal immer noch hoch im Kurs. Und die Gummi-Sache ist auch so ein bisschen Glaubensgeschichte. Ich komme damit super klar auf Plastik. Kann ich auch da weiterempfehlen. Ansonsten ist der Support, diese Wrap-Rend-Geschichte nach vorne für mich nicht vorhanden. Der hört ungefähr hier irgendwo auf. Und dann muss der Fuß mit den Zähnen hier alleine arbeiten. Das heißt, dieses von hinten nach vorne Spannungsaufbauen, Spannung halten, übertragen auf den Tritt, auf den kleinsten Zeh, auf den großen Zeh, auf den kleinsten Flächen nach vorne, ist nicht so wahnsinnig spürbar für mich. Aber ist sicherlich vielleicht auch fußabhängig und so weiter. Gut, wem passen diese Kletterschuhe? Ich denke, der deckt eine relativ breite Palette ab. Erinnert mich relativ stark an Skapa Instinct oder Skapa Sticks vielleicht so ein bisschen. Und wenn ich die beiden Schuhe miteinander vergleiche, vor allem was die Säulenkonstruktion und diese Performance nach vorne, Übertragung der Kraft auf die Spitze auf den kleinen Tritt angeht, dann sind die Instincts doch, also die Slipper-Varianten von das Portivo und von Skapa und der Sticks doch überlegen. Muss man einfach so sagen. Aber das ist ein paar Upgrades. Vielleicht geht Technologie auch da entsprechend weiter. Ich würde es mir wünschen. Größentechnisch hat Boreal hier wirklich Großes verbracht und hat alles auf Mondo Point umgestellt. Sprich, man muss wirklich die eigene Fußlänge messen, von vorne nach hinten in Millimeter übertragen oder Zentimeter. Und dann weiß man im Endeffekt, welche Klettershow-Größe man hier kaufen kann. Das ist ein super Anhalt. Wer es natürlich im Grenzbereich braucht und mehr Performance braucht, der kauft es kleiner. Eine halbe Größe reicht locker aus. Und wer mehr Komfort braucht, wer mehr Seilängen oder Thread und so weiter, der kauft das vielleicht etwas größer. Also absolute Empfehlung für das Bouldern am Plastik. Auch für die Leute, die jetzt vielleicht vom Anfängerstadium sich lösen und einen neuen Kletterschuh suchen. Super Kletterschuh, günstig, unter 100 Euro, teilweise unter 90 Euro. Kann man überhaupt nicht meckern. Leute, ihr bekommt eine richtig gute Performance. Ihr habt eine Sohle, die nicht so leicht verschleißt oder nicht so schnell. Wie man hier jetzt sehen kann, bei dem Satori, den ich jetzt wirklich sehr intensiv, so gut über zehn, elf Monate benutzt habe. Ja, ich meine, immer noch kein Loch. Es ist zwar gerundet und so weiter. Aber dieses Zenit Pro Gummi von Boreal leistet wirklich harten Widerstand am Plastik und hält schon echt eine Weile durch. Ähnlich ist es hier zu erwarten, obwohl die Sohle ich persönlich etwas dünner finde. So klassisch 3,5 Millimeter würde ich sagen. Ist wirklich sehr in Ordnung. Und wie gesagt, Haltbarkeit gut. Der Schuh löst sich nicht auf. Das ist eine Kleinigkeit hier mit dem Schriftzug. Und die Performance ist super. Die Passform passt. Der passt sich gut dem Fuß an. Gibt es nichts zu meckern. Daumen hoch. Boreal Niña.